Jo Leute, was geht? Ich bin so Riecki und ich bin wieder da mit meiner neuen 24 Stunden Challenge für euch und heute wird es so richtig spannend. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht habe ich Pech, keine Ahnung was auf mich zukommen wird, aber nein. Wir lassen nicht dieses Mal für 24 Stunden die Person vor mir entscheiden, was ich esse. Das hatten wir ja schon. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an, es ist mega lustig geworden. Nein, heute lassen wir Kassenbons, die Menschen weggeworfen haben, entscheiden, was ich für 24 Stunden esse. Also mein Frühstück, mein Mittagessen, mein Abendessen, vielleicht noch was zwischendurch, keine Ahnung was dabei rauskommen wird. Wenn es wenig ist, werde ich mich wahrscheinlich nach mehr Kassenbons bemühen müssen, ja. Ich werde weiter suchen müssen, um irgendwie was zu finden. Leute, schmeiß das ja manchmal so auf den Boden, eigentlich unmöglich, aber das gibt's. Ich habe das ja auch schon bei McDonalds gesehen, da lagen überall Kassenbons rum, überall. Ich werde auf jeden Fall mal danach Ausschau halten und genau das Essen, was draufsteht. Egal wie viel, ich muss es essen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich mal zu KFC. Es ist jetzt 10.12 Uhr. Na okay, 10.13 Uhr. Ja, ich habe keine Lust auf McDonalds, obwohl ich das wahrscheinlich noch zum Frühstück schaffen würde. Es ist jetzt nicht so weit zum McDonalds, aber nein. Ich habe keine Lust auf Kaffee, Leute. Ich habe keinen Bock mehr drauf, deswegen gehen wir nicht dort frühstücken, ja. Wenn ihr meine anderen Challenges gesehen habt, wisst ihr, wovon ich rede. Ich probiere einfach mal KFC aus. Vielleicht bestellt sich da jemand, naja okay, Chicken Wings zum Frühstück. Schon ein bisschen seltsam, aber egal. Wir probieren es einfach mal aus. Und lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, Leute. Schreibt mir 30.000 Daumen nach oben, dann mache ich die nächste Challenge. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was es sein soll. Also, was soll die nächste Challenge sein? Von wem soll ich 24 Stunden lang was bestimmen lassen? Oder von was? Schreibt das unbedingt unten rein, eure Ideen. Und ich würde sagen, let's go. Ab zum Frühstück. So, Leute, ich bin jetzt bei KFC, aber hier liegt jetzt gerade nichts rum. Ich dachte erst, hier vorne auf dem Tablett ist was, aber es ist nur eine Serviette. Toll. Okay, hier haben wir irgendwie eine Tabakpackung. Gucken wir mal weiter. Ist hier was? Also, es bestellen auf jeden Fall Leute schon bei KFC. Hier irgendwas drauf. Okay, da hinten geht es nur zur Kasse. Ist hier irgendwas? Hier ist der Essbereich. Was ist das? Leute, ist das ein Kassenbon? Iiii, das sind solche Chicken-Reste. Aber vielleicht haben wir Glück und das ist ein Kassenbon. Auf jeden Fall ist der schmutzig. Iiii. Ich habe tatsächlich einen Kassenbon von Kentucky Fried Chicken gefunden. Und? Hä? Aber außer Haus? Warum liegt das dann hier rum? Ein Kentucky Bucket? Was? Vier Beilagen, Leute. Zweimal Coal Slaw, zweimal Pommes groß mit Ketchup. Zwei Chicken, acht Hot Wings, vier Crispys. Was? 18,99 Euro. Was zum Teufel wäre das Frühstück sowas? Aber ich habe gerade wirklich jemanden gesehen mit so einem kleinen Bucket. Vielleicht war die das. Ich weiß es nicht. Aber die sah klein aus. Das hört sich verdammt viel an. Was ist das für ein Frühstück? Ja, geil. Also holen wir uns das jetzt einfach mal. Ich hätte echt nicht zu KFC gehen sollen, Leute. Ich hätte echt nicht hingehen sollen. Hallo, könnte ich bitte einmal einen Kentucky Bucket bekommen? Welches hier beilagen? Zweimal Coal Slaw und zweimal Pommes mit Ketchup. Ich dachte auch gerade, hier hätte irgendjemand noch einen Kassenbon hinterlassen. Ich habe schon einen Schock bekommen. Aber nein, es sind nur Servierten. Also ja, hauen wir jetzt uns das ganze Zeug hier mal rein. Ich weiß echt nicht, ob ich das schaffen werde. Kommt jemand bitte aus Team Becky und isst das mit mir? Geil. Zweimal Pommes, zweimal irgendwie dieser Kraussalat. Also es sieht mir echt so danach aus, dass zwei Personen nur schnell und jeweils das gleiche. Zweimal Ketchup. Ich glaube, ich werde danach nicht mehr so schnell Hunger haben. Aber Pommes zum Frühstück ist natürlich auch geil. Alter Schwede, noch so viel übrig. Ich weiß gar nicht, wie viele Chicken-Teile da drin sind. Aber ich habe bislang nur einen gegessen. Da sind sogar Hot Wings drin. Keine Ahnung, ob das geil ist zum Frühstück. Was ist das für ein Aschendicken? Ich habe nichts zu trinken, Mann. Die sind ja richtig scharf. Was ist das? Da zieht sich das morgens rein. Haben die nicht normale? Hätten die nicht auch ganz normale nehmen können? Okay. Okay, kurzer Zwischenstand, Leute. Ich kann nicht mehr. Ey, da ist doch eine Pommes drin. Hier ist doch eine ganze Pommes. Das habe ich kaum angerührt. Ich schaffe das nicht. Ich glaube, ich nehme mir den Rest mit und werde den später aufessen. Ey, das ist viel zu viel für eine Person. Ich werde jetzt gleich mal nach einem Kassenbon suchen, weil ich habe so einen Durst. Ich brauche unbedingt was zu trinken. Ich muss ein Getränk finden. Entweder gehe ich zu Starbucks oder ich gucke mal hier auf irgendwo bei Spar oder so einen Kassenbon rum. Nur damit ich trinken bekomme. So, ich lungere jetzt hier bei Starbucks draußen rum und gucke, ob hier irgendwelche Kassenbons liegen. Aber hier draußen auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wie es da hinten bei den Leuten ist, aber ich möchte da gerade ungerne innen hin. Aber ich schaue mal, wie es drinnen aussieht, ob ich da irgendwas finde. Okay, hier ist schon mal nichts. Oder doch? Was ist das hier? Nee, ich glaube, da hat nur jemand sein Schild von seinem Pulli abgeschnitten. Ja, wow. Ist ja echt toll. Damit kann ich ja echt viel alle fangen. Hoffentlich liegt drin irgendwas rum. Hier irgendwo? Nein, auch nicht. Irgendwo vielleicht ein Kassenbon? Ich brauche einen Kassenbon. Ich brauche was zu trinken. Vielleicht hier? Ist hier noch irgendwo ein Kassenbon? Nein, ich glaube nicht. Okay. Okay, hier ist nichts. Da vielleicht? Warte, hier. Ich sehe Kassenbon. Ich sehe Kassenbon. Was wurde hier getrunken? Verdammt viel Espresso. Oh nee, sag mir nicht, ich muss sowas trinken. Oh nee, bitte nicht. Okay, wir schauen jetzt mal, was auf diesem Kassenbon steht. Und zwar, warte, der ist ja richtig zerknickt. Ein, was, FK-Bagel? Nicht schon wieder essen, nein. Nein, Leute, nicht schon wieder essen. Hier hat sich anscheinend irgendjemand ein Bagel geholt. Also zum Glück muss ich mir nur das holen, was hier auf dem Kassenbon draufsteht. Aber, oh nö, nicht schon wieder was zu essen. Das andere, Leute, nein. Nein, ich hätte nicht zu Starbucks gehen sollen. Zweimal Iced Cappuccino und Bagel. Ja, geil. Ich weiß nicht, ob ich noch zum Mittagessen will. Ehrlich, ich wollte eigentlich noch zu Meckes heute. Aber wenn ich so viel Intus habe, Leute, ich werde nur noch hinrollen. Ich werde nur noch zu Meckes rollen. Jetzt sind die beiden Getränke gewonnen. Die sehen echt schön aus. Ich hoffe, die schmecken auch einigermaßen. Guckt mal, wie viel Milch da drin ist. Ich glaube, das ist 70% Milch und der Rest irgendwie Kaffee. Aber ich hoffe echt nicht, dass es so bitter schmeckt, ne? Und dazu gibt es diesen Bagel hier. Keine Ahnung, ich habe noch nie einen Bagel bei Starbucks gegessen. Eigentlich habe ich auch weniger Lust auf Essen gerade, weil ich ja schon noch pappensatt bin von KFC. Und letztes Mal fand ich das Essen auch nicht so dolle, aber scheiße, es mussten ja zwei Kassenbons da liegen. Nein, nein. Ich meine einfach nur wie bitterer Kaffee mit richtig viel Milch und Eiswürfeln. Boah, Leute, guckt mal, wie groß der ist. Der ist einfach mal fast so groß wie mein Kopf. Mein gesamtes Gesicht ist wie ein Riesenbagel. Boah, ich habe keinen Hunger mehr. Ich habe echt keinen Hunger mehr. Boah, das ist hart, Leute, das ist echt hart. Vielleicht hätte ich nicht nach Kassenbons suchen sollen. Echt schlimmer, als das zu kaufen, was die Berlin vor dir bestellt hat. So, ich gehe jetzt nach Hause erst mal. Und später, wenn ich Mittag esse, gehe ich nochmal in die Stadt. Aber wenn ich nochmal so einen Kassenbonk finde, wo eine Riesenbestellung drauf ist, dann weiß ich nicht, ob ich die noch holen möchte, weil das ist einfach viel zu viel. Digga, wer isst denn den ganzen Bucket zum Frühstück? Mittlerweile haben wir es 14.03 Uhr. Und wir gehen jetzt zu McDonalds. Ja, so 13, 14, 15 Uhr müsste eigentlich sehr viel los sein. Die meisten essen ja da zum Mittag. Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, was ist, wenn wieder mehrere Personen dort essen? Das ist echt kacke. Nein, ich will nicht so viel essen. Ich hoffe, da ist nur eine Person, die ihren Kassenbonk weggeworfen hat und nicht so viel isst, sondern in Maßen und vielleicht ein Getränk dabei. Das wäre so ein Traum. Weil ich möchte keinen Kaffee mehr. Warum verfreut mich dieser Kaffee? Wenn ich jetzt zum Mittag wieder einen Kaffee bekomme, ich dreh durch. Ich dreh echt durch. Das ist zu viel Koffein für Becky. Wir gucken mal und ich würde sagen, let's go zu Meckes. Okay, ich glaube, hier draußen, nein, hier liegt kein Kassenbonk. Also schauen wir mal drin. Okay, da ist nur eine Tüte. Ist die irgendwo ein Kassenbonk für mich? Hier drin vielleicht? Oh mein Gott, also so viele Royal-Käse würde ich jetzt auch nicht essen wollen. Aber zum Glück ist da auch kein Kassenbonk. Also ich habe jetzt da hinten geguckt, aber da war nichts. Die räumen alle ihr Tablett weg und die haben keinen Kassenbonk. Hier liegt auch irgendwie nichts rum. Ja, wenn man mal Kassenbonks braucht, dann ist hier nichts. Hier ist es echt sauber im Gegensatz zu anderen Loppenholz. Ein Kassenbonk. Ein Kassenbonk. Aber es könnte jetzt Fluch oder Segen sein. Keine Ahnung. So, gucken wir uns jetzt mal den Kassenbonk an. Alter, ich habe Angst, dass es hier einbricht. Alter, schwierig, ich will jetzt alles. Da ist hier so viel drauf. 7,78 hat jemand bezahlt. Vier Chicken Nuggets, Pommes, süß-sauersauce, Ketchup, Spielzeug, Leute, jemand hat sich ein Happy Meal bestellt. Jammern, jammern. Aber warum ist das fast so wie meine Bestellung? Okay, Fruchtquetsch würde ich mir jetzt nicht bestellen. Vielleicht war ja jemand von Team Becky hier. Und dann ein Big Italian Chicken Salad. Wer ist denn den Salat hier? Vielleicht die Mutter oder so? Keine Ahnung. Oder der Vater? Ist das irgendwie gruselig? Ich glaube schon. Könnte ich einmal ein Happy Meal bekommen. Mit Chicken Nuggets. Warum machst du mit Ketchup? Mit Ketchup, ja. Cola Zero. Und dann noch ein Big Italian Chicken Salad. Vor allem, was habe ich mit so viel Essen, Mann. Das ist so viel. So viel Chicken habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Vor allem hier ist auch noch mal Chicken drauf. Also irgendwie ist heute nur so ein Chicken-Tag oder so. Guckt euch jetzt einfach mal diese Zwiebelringe hier an. Digga, das ist doch kein Zwiebelring. Das ist eine halbe Zwiebel hier drin. Leute, ich kann nicht mehr. Was ist das für eine Challenge, die ist so hart. Ehrlich gesagt, ich habe versucht, so viel wie möglich zu essen. Es ist nur noch ein Chicken Nugget jetzt noch übrig. Pommes ist so gut wie Leas. Es sind nur noch vier Pommes übrig. Der Quetschi ist so gut wie Lea. Und den Salat habe ich zur Hälfte aufgegessen. Ich schaffe einfach nicht mehr. Und ja, das Einzige, worauf ich gerade Bock hatte, war die Cola. Okay, ich glaube, ich hätte mir kein Crop-Oberteil anziehen sollen, weil mein Bauch guckt hier schon langsam raus. Ich habe ein Food-Baby, Leute. Und ich habe das Buffet in meinem Knopfplatz gleich. Guckt das mal an. Das sieht schon richtig komisch aus. Als würde er gleich irgendwie von selbst aufgehen. Meine Damen und Herren, wir sind 18.16 Uhr. Und Becky ist immer noch satt. Und obwohl ich Essen liebe, habe ich keine Lust mehr zu essen. Ich werde jetzt gleich zu Burger King gehen, in der Hoffnung, dass dort weniger los ist. Dass dort sich jemand nur vielleicht jetzt abends, und es ist draußen warm, ja nur was Kleines bestellt hat. Vielleicht ein Eis oder so. Gibt es dort auch so ein kleines Soft-Eis? Ich meine schon, oder? Wie so ein McSunday? Gibt es das nicht auch bei Burger King? Ich hoffe, jemand hat sich nur ein Eis holt, weil das könnte ich echt gut noch essen. Aber bitte kein Riesen-XXL-Menü von 10 Personen oder so. Ich hoffe nicht, dass ich so einen Kassenbon finden werde. Hoffentlich nicht. So, Leute, ich bin jetzt bei Burger King, und ich suche gerade hier nach Kassenbons, aber ich sehe hier nur Essensreste. Hier ist kein Kassenbon. Ich brauche noch einen letzten Kassenbon. Aber hier essen wirklich noch welche irgendwie Burger und so. Also ich habe da nicht so richtig Lust drauf. Aber hier sind echt keine. Vielleicht vorne an der Kasse? Liegt hier noch irgendwas? Nee, kein Kassenbon. Ist das ein Kassenbon? Ist das ein Kassenbon? Hier ist auch noch irgendwas. Okay, nee, das ist nur ein Rest von dem Kassenbon, glaube ich. Okay, wünscht mir jetzt Glück, dass es kein Essen ist, aber... Leute, ist es Essen? Es ist Essen. Ja, jemand hat sich wahrscheinlich zum Mitnehmen hier ein Erdmähmilchshake geholt für 3,39 Euro und ein Cheeseburger. Könnte ich bitte einmal einen großen Strawberry Milchshake bekommen und einen Cheeseburger. Oh, ist das süß. Das erinnert mich irgendwie mega an McDonalds. Da war der Vanillemähshake, den ich letztens hatte, auch richtig süß. Ich werde auch schon richtig komisch angeguckt, aber ich glaube eher wegen der Kamera. Aber ich kann nicht mehr. Alles nicht nur auch so ekelhaft. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt einfach nur noch im Food-Koma. Ich kann nicht mehr. Ich kann nur noch im Bett liegen. Nein, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber ich fühle mich so richtig träge. Ich kann kein Essen mehr sehen. Ich kann echt kein Essen mehr sehen. Ich habe die ganze Challenge jetzt durchgezogen, aber ich bin raus, Leute. Ich bin echt raus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für ein Essen fallet ihr am besten, ja? Hättet ihr zum Frühstück so ein Bucket gegessen? Lasst es euch unbedingt wissen. Abonniert unbedingt meinen Kanal und aktiviert die Glocke, Leute. Dann wisst ihr immer Bescheid, wann ein neues Video online ist. Und ich würde sagen, ich chill jetzt nur noch und versuche nicht mehr an Essen zu denken. Ich muss irgendwie auf andere Gedanken kommen. Peace. Ich bin raus.